Verdiene immer wieder 5 Euro und das ohne Arbeit, ohne Aufwand, als absoluter Anfänger, indem du im Internet surfst. Das klingt verrückt, aber es funktioniert tatsächlich. Alle Details jetzt hier in diesem Video. Hallo, hier der Steve von Geniale Geld Ideen. Heute zeige ich dir eine sehr, sehr coole Möglichkeit, wie du kostenlos ohne Startkapital immer wieder und wieder 5 Euro verdienen kannst und das ohne, dass du irgendetwas Großartiges dafür tun musst. Du musst lediglich im Internet surfen, bist auf den Seiten, die du sonst auch immer aufrufst und trotzdem verdienst du passiv dadurch Geld. Wie das funktioniert, mit welcher geheimen Webseite, das erfährst du jetzt hier im Detail in diesem Video und damit herzlich willkommen bei Geniale Geld Ideen und ich wünsche mir, bevor es losgeht, dass du drei Dinge tust, das wäre super nett, wenn du es machen würdest, nämlich erstens ein Like dalassen, wenn du dieses Video cool findest, zweitens ein Abo dalassen, falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest und drittens alle Benachrichtigungen über die Glocke aktivieren, damit du auch in Zukunft informiert wirst, wenn es hier bei Geniale Geld Ideen mehrmals pro Woche neue Geniale Geld Ideen zum smarten Investieren und zum Geldverdienen im Internet gibt. Dafür sage ich herzlichen Dank und jetzt gucken wir uns direkt an, was für eine Webseite das denn ist, die kaum jemand kennt, die dir immer wieder und wieder 5 Euro generieren kann. Ich rede von der Plattform Slice. Die URL ist adslice.com A-D-D-S-L-I-C-E.com adslice.com und ihr seht, die nagelneue Webseite ist sogar noch jetzt in der Beta-Version, also kaum jemand kennt sie und trotzdem hast du damit die Möglichkeit, passiv Geld zu verdienen. Die Bewertungen bisher sind sehr, sehr gut und das Motto dabei ist You Browse We Pay. Das heißt also in dem Moment, wo du dich hier oben über Sign-Up registrierst und dann diese Chrome-Erweiterung herunterlädst, auch das ist komplett kostenlos, kannst du direkt beginnen Geld zu verdienen. Und wie? Ganz einfach, indem du Anzeigen anschaust, die in deinem Browser dann angezeigt werden. Und du siehst es hier, du kriegst also für jede Anzeige, die du dir anschaust, sogenannte Sets. Sets ist die digitale Währung, von Slice und 1000 Ads bzw. 1000 Sets entsprechen einem Dollar. Das heißt, wenn du 8000 Sets hast, dann hast du eben 8 Dollar verdient, also um die 8 Euro. Und dafür musst du wirklich nichts tun. Du musst auch kein Geld einzahlen oder sowas. Das ist also kein Scam, sondern du guckst einfach Anzeigen. Du kannst dir das Ganze dann ganz bequem per PayPal auszahlen lassen und immer wieder und wieder damit Geld verdienen. Ganz einfach, indem du im Internet surfst, auf all den Seiten rumhängst, an denen du normalerweise auch unterwegs bist. Aber mit dem Unterschied, dass du eben jetzt ab und zu Werbeanzeigen angezeigt bekommst, die kannst du dir anschauen und dann bekommst du dafür Geld. Also einmal ganz kurz zusammengefasst, wie funktioniert das Ganze? Du musst nichts dafür bezahlen. Du klickst einmal auf Add to Browser und dann wird sich diese entsprechende Erweiterung in deinen Browser integrieren und so kannst du sofort beginnen, Geld zu verdienen. Wie funktioniert das? Es werden eben Anzeigen ausgespielt. Die musst du dir angucken und für jede angeschaute Anzeige bekommst du Geld. Und zwar kannst du das hier in dieser Erweiterung direkt anschauen und dann kannst du auch sehen, dass du das zum Beispiel gegen eine Amazon Gift Card austauschen kannst. Du kannst aber auch das Geld auszahlen lassen in Bitcoin Lightning, wenn du in Kryptowährungen unterwegs sein willst oder eben ganz bequem einfach per PayPal auf deinen PayPal Account. So einfach ist das und deswegen stelle ich es hier vor, weil das eine einfache, super, super simple Möglichkeit ist, um ohne jegliche Vorerfahrung einfach mal ein kleines bisschen Geld zu verdienen. Und wie viel kannst du verdienen? Das ist hier einmal dargestellt. Mehr als 500.000 Menschen haben bereits diese Erweiterung heruntergeladen. Ist auch klar, kostet nichts. Und wenn du durchschnittlich drei Stunden pro Tag im Internet unterwegs bist, dann kannst du jetzt ab sofort jede einzelne Sekunde quasi monetarisieren und kriegst dann durchschnittlich, wenn du drei Stunden pro Tag unterwegs bist, um die 5 Dollar, also circa 5 Euro umgerechnet in deutsches oder europäisches Geld, dann an monatlichen Auszahlungen. Das ist jetzt nicht mega viel, aber schau mal, das sind 5 Dollar, die du quasi passiv, ohne etwas zu tun, ohne Arbeit mit dem, was du sonst auch tust, verdienst, ohne dass du mehr Arbeit hast, ohne dass du Startkapital hast. Das bedeutet, das sind in zwei Monaten schon mal 10 Euro umgerechnet oder in 10 Monaten sind es halt 50. Und dafür kann man schon mal lecker essen gehen. Und das eben, wie gesagt, ohne dass du irgendwas machen musst, ich würde das ganz einfach mitnehmen, diese Kohle. Wie funktioniert das Ganze jetzt konkret? Du gehst ganz einfach oben auf Sign Up, dann gibst du hier deine E-Mail-Adresse an, vergibst ein Passwort, klickst auf I agree to the terms of service, also du erkennst damit die AGBs an, klickst dann auf Sign Up und kommst dann hier schon in dein Dashboard herein. Und da siehst du eben alles das, was du so gerade tust, wenn du dir die Browser-Erweiterung dann zusätzlich heruntergeladen hast. Du siehst, wie viele Anzeigen du angeschaut hast, du siehst, wie viel Geld du damit verdient hast. Und das sind hier echte Daten. Also es ist durchaus realistisch, in einem Monat hier um die 5000, 6000 Anzeigen sich anzuschauen und dadurch dann über 5 Dollar zu verdienen. Hier siehst du detailliert, wann du wie häufig was angeschaut hast, wie viel Geld du dann entsprechend damit verdient hast. Du siehst alle Transaktionen und natürlich auch, wenn du entsprechend das Geld dir hast, auszahlen lassen. Also einfacher kann es wirklich nicht sein. Probier es ganz einfach mal aus. Wichtig dabei ist, ich bekomme kein Geld dafür. Ja, es ist kein Affiliate-Programm oder sowas, sondern es ist einfach wirklich eine Plattform, die ich cool finde, die du gerne ausprobieren kannst. Du hast nichts zu verlieren und deswegen stelle ich es vor, weil ich dir wirklich helfen möchte, zumindest ein kleines bisschen Startkapital zu haben, um dich dann den vielleicht etwas herausfordernden Projekten rund ums Thema YouTube-Kanal aufbauen, Online-Geld verdienen mit Affiliate-Marketing und, und, und zu widmen. Aber für Startkapital würde ich auf jeden Fall erstmal sowas Einfaches versuchen und deswegen herzliche Einladung, das auszuprobieren. Wie kannst du es auszahlen? Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Die häufigsten Fragen, das ist natürlich das Wichtigste, ganz einfach über Bitcoin Lightning, wie gesagt, oder über PayPal. Das ist das, was funktioniert. Und da ja diese Plattform noch in der Beta-Version ist, werden nach und nach natürlich weitere Optionen hinzukommen. Wie kannst du Geld verdienen? Habe ich dir auch gerade schon erklärt. Ganz einfach die Browser-Erweiterung dort entsprechend installieren. Und in dem Moment, wo du im Internet unterwegs bist, wirst du Anzeigen angezeigt bekommen auf den Seiten, auf denen du landest. Die guckst du an und dafür kriegst du Geld. Das ist es im Grunde. Und das Besondere und Wichtige ist auch, du kannst diese Extension jederzeit wieder entfernen. Also da wird sich kein Bot oder irgendein Virus dort einschleichen. Dafür sind es mittlerweile viel zu viele zufriedene, erfolgreiche User, die das Ganze verwenden. Das heißt also, du brauchst dir keine Gedanken zu machen, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Also einfach installieren, ausprobieren. Und wenn du sagst, nee, ist doch nichts für mich, dann kannst du es ganz einfach wieder von deinem Browser-Tab entfernen. Also eine einfache Browser-Erweiterung, die dir hilft, tatsächlich passiv jeden einzelnen Tag Geld im Internet zu verdienen. Ganz einfach, indem du ein bisschen rumsurfst und dir Anzeigen anschaust. Wie viel kannst du verdienen? Das als letzter wichtiger Punkt. Je nachdem, wie aktiv du bist, ist es durchaus möglich, zwischen 3 und 5 Dollar zu verdienen in dieser Open-Beta-Version. Und die werden das Ganze natürlich dann entsprechend optimieren und verbessern, je länger diese Plattform online ist, sodass du dann auch mit zunehmender Akzeptanz und mit mehr Usern, die auf der Plattform sind, dann wird das Ganze natürlich interessanter für Menschen, die Anzeigen dort auf dieser Plattform schalten. Dann kannst du natürlich vielleicht in einem Jahr, wenn du einfach dranbleibst, für die gleiche Zeit, die du im Internet surfst, vielleicht sogar 10 oder 15 Dollar pro Monat verdienen. Also auch so um die 10, 12, 13 Euro umgerechnet pro Monat. Ganz einfach, indem du nichts anderes machst, als was du sonst auch tust. Und wenn du sonst gerne im Internet surfst, dann schlage ich dir vor, dass du zum Beispiel ab und zu mal hier bei Geniale Geldideen vorbeisurfst. Dafür kriegst du dann auch von der Plattform Slice erstens Geld, wenn dann noch eine Anzeige eingespielt wird. Und zweitens kannst du noch viel, viel mehr Geld verdienen, wenn du dir meine Videos anschaust und das Ganze ganz einfach umsetzt. Und wenn du sogar passiv Geld verdienen willst, dann tu dir keinen Zwang an. Auch das ist nämlich möglich. Ich zeige dir genau wie. Wenn du nämlich bei unserem Community-Projekt mitmachst, indem du Copy Trading betreibst, das heißt, ich trade für dich und du machst nichts anderes, als auf einen Knopf zu drücken und kopierst eins zu eins genau die Trades, die ich auf dieser Plattform mache, egal ob du Ahnung von der Börse hast oder nicht, musst dich im Grunde um kaum etwas kümmern und hast dann die Möglichkeit, zumindest was in den vergangenen Monaten, so durchschnittlich um die 3.000 Euro komplett passiv zu verdienen, ohne dass du großartig etwas dafür tun musst. Wichtiger Hinweis, natürlich ist es so, dass du bei so einer Plattform auch Geld verlieren kannst. Das wirkt ein hohes Risiko. Das ist nun mal an der Börse so. Aber wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du hier auch natürlich die Möglichkeit, richtig viel Geld zu verdienen, indem du mir ganz einfach folgst. Das ist eine seriöse Plattform namens Naga. Mitglied der Naga Group an der Börse orientiert, beziehungsweise notiert, und zwar an der Frankfurter Börse. Hervorragende Trustpilot-Bewertungen, mittlerweile acht Jahre lang am Markt. Also hier kannst du auf keinen Fall etwas falsch machen. Wenn du loslegen möchtest, klick einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung. Da findest du alle Details rund um unser Community-Projekt. Und wenn wir uns hier direkt auf der Plattform einmal angucken, wie nachhaltig so ein Projekt sein kann, dann siehst du hier, wenn man auf den Gewinn der Kopierer schaut, also auf den Gewinn eurer kopierten Trades, auf die letzten zwölf Monate bezogen. Ich mache das also schon sehr, sehr lange. Dann seht ihr, dass ich hier unangefochten auf Platz 1 bin, mit fast 2 Millionen Gewinn für euch, die ich generiert habe. Wenn du also dabei sein möchtest und einen Batzen davon abhaben willst, dann lock dich gerne unten ein. Registriere dich komplett kostenlos, um dann hinterher ein bisschen Geld einzuzahlen und mir zu folgen. Und damit du es auch glaubst, dass diese Trades hier wirklich gut ausgehen, siehst du, das sind so hier meine durchschnittlichen Positionsgrößen zwischen 9 und 11 Euro Gewinn, wenn diese Trades positiv geschlossen werden. Und im Mai vom 1. bis zum 31. Mai habe ich halt einen Gewinn von 3.432 Euro dort generieren können. Ihr hättet das zu 100% kopieren können. Abzüglich 99 Cent Kopiergebühr wärt ihr also bei diesen 303 Trades immer noch über 3.000 Euro im Plus gewesen. Wenn wir uns das im Juni angucken, waren es 3.600 Euro. Oder sogar ein bisschen weiter zurück im Februar, da waren es etwas weniger, nur 2.800. Und im März 3.264 Euro. Also du siehst, das ist ein langfristiges, nachhaltiges Geschäftsmodell, bei dem du ohne großartige Vorerfahrung einfach nur durch Kopieren Geld verdienen kannst. Wenn du da Spaß daran hast, mach auch mit bei der Autocopy-Methode. Wie genau das funktioniert, findest du unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn wir dieses Community-Projekt noch weiter nach vorne bringen. Also probiere es ganz einfach aus. Entweder bei unserem Community-Projekt, wo du wirklich 100% passiv Tausende von Euro verdienen kannst mit der Plattform Naga. Und natürlich, wenn du sagst, oh, ich brauche ein bisschen Startkapital, um damit loszulegen, dann probiere es doch mal mit AdsLice, der Plattform, die ich dir heute in diesem Video vorgestellt habe. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da, lass ein Abo da und vergiss auch nicht, auf das Video zu klicken, was ich hier nochmal links eingeblendet habe. Eine weitere sehr, sehr coole Möglichkeit, wie du ohne Erfahrung online Geld verdienen kannst und dabei sogar mit einer einfachen App garantiert 200 Euro verdienen kannst. Klick drauf, lass dich begeistern, probiere es aus und fang sofort an, online Geld zu verdienen.